Dürfen wir vorstellen? CityBug 360 Liter. Der neue, komplett überarbeitete Zweirad-Jumbo-Behälter der neuen Generation. Mehr Design, mehr Stabilität, mehr Komfort. Und für ihre Umweltbilanz? Weniger Ressourcenverbrauch durch Einsatz von bis zu 100% recyceltem HDPE. 82% weniger CO2-Fußabdruck, weniger Transporte. Jumbo-Vorteile für ihre Kreislaufwirtschaft. CityBug 360 Liter. Hier schließt sich der Kreis.